hallo lieben ich war ja 20 jahre auf dem bau auch lehrlingsausbilder und berufsschullehrer ich kenne es wir machen jetzt eine schweigeminute für die die auf dem bau gehen arbeiten ok es reicht nein so schlimm ist nicht jeder neuanfang ist schwierig und das ist okay so wenn es nicht okay ist dann vielleicht die falsche stelle oder mal sagen hallo ich bin lehrling und ich darf fragen fragen und ich darf fehler machen weil ich bin ja lehrling und ich ausgebildete und ich verdiene auch nicht so viel die ein ausgebildete vielleicht sollte ich mal das sagen in diesem sinne wünsche ich allen wunderschönen samstag mit viel party party bye bye